Espanol, Deutsch, Englisch El poder de Dios es más fuerte que el poder de Lucifer, Satanás, el Diablo o algún demonio. Die Macht Gottes ist stärker als die Macht des Lucifer, Satan, des Teufels oder irgendeinem Demon. The power of God is stronger than the power of Lucifer, Satan, the devil or any demon. En la Biblia, el Antiguo Testamento, Moisés habló con el faraón que quería ver un milagro que le hace creer. En la Biblia, el Antiguo Testamento, Moses habló con el faraón que quería ver un milagro que le hace creer. In la Biblia, el Antiguo Testamento, Moses habló con el faraón que quería ver un milagro que le hace creer. Moses tiró su bastón en el suelo y se convirtió en una serpiente. Moses warf seinen stock auf den Boden und er hat sich in eine schlange verwandelt. Moses threw his stick onto the ground and it converted into a snake. Los magos del faraón hacen lo mismo y sus palos se convierten en serpientes también. Die magie des faraón tun das gleiche und ihre Stöcke verwandeln sich auch in schlangen. Pero entonces la serpiente de Moisés se come las serpientes de los magos. Éxodo 7, 10-12 Aber dann frisst die Schlange von Moses die Schlangen der Magier. Éxodo 7, 10-12 But then the snake of Moses eats the snakes of the magicians. Éxodo 7, 10-12 Lucifer era un ángel antes, pero no obedeció a Dios, así que Dios envió a él y sus demonios a esta tierra de Dinieblas. Lucifer war vorher ein Engel, aber er wollte nicht Gott gehorchen. So schickte Gott ihn und seine Dämonen auf diese Erde der Finsternis. Lucifer war vorher ein Engel, aber er oberte Gott, así que Dios enviaste ihn und seine Dämonen auf diese Erde der Dunsternis. Jesu Christus dijo, Mi reino no es de este mundo. Jesus Christus sagte, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus Christus sagte, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Der ex-satanische Hohepriester El ex-satanische Hohepriester gegen einen Christen mit einem starken Glauben. The ex-satanische Hohepriester Stephen Dolenz tells how Satan doesn't have enough power against a Christian with a strong faith. In this video in English Ex-satanische Prophecy Club Exposers Symbols in this YouTube here. Just click here on my Facebook. Anyway, here in my Facebook I have much more information than just on YouTube. By the way, I am looking for people who speak Portuguese, Brazilian preferably, and who are interested in filmmaking, VJ, Internet marketing, anywhere in the world over Internet. Please don't forget to click on the like and subscribe button and share it with your friends. You can copy and remix this video, but don't forget to mention me using hashtag VanusEnigmaIsland. To be continued... … … …